Nur noch dieses eine letzte Haus. Oh, jetzt muss ich da auch noch die Treppe hoch. Was ist denn das? Ein Treppenlift. Wie der wohl funktioniert, den probiere ich gleich mal aus. So einfach in der Bedienung. Ich muss mich nicht einmal bücken. So bequem. So sicher. Und so komfortabel. Fast wie mein Schlitten. Nur ohne den Rentierstress. Und so leise, dass sogar der Kleine weiterschläft. Ach, bevor ich es vergesse. Für alle, die jetzt fragen, woher man so einen tollen Treppenlift bekommt. B-Mobil-Liftsysteme. Glaubt mir. Die machen einem das Leben leichter. Schatz, bist du mit dem Treppenlift runtergefahren? Jetzt schnell weg, bevor mich noch jemand erwischt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020